Ich hatte heute ein Erlebnis, das ich aus Kindheitstagen kannte, auch nur aus Kinderbüchern, in denen Lurchi Mann ihn nannte. Und heute auf dem Weg, hab ich ihn live gesehen. Ich stell mir eine Frage, ob nicht bei all dem Negativen, das wir zur Zeit erleben, Erkenntnisse überwiegen, das mit unserem Verhalten, wir der Natur gut tun. Gibt es Wissenschaft dazu, oder muss es Google tun, hat da jemand mal nen Rat für mich? Wer hat sich damit befasst? Erzähl, was du erfahren hast. Der Moment, der lässt mir einfach keine Ruhe. Ich wollte heute Morgen nur mal laufen gehen und hab ne Feuer Salamander gesehen und fragte mich dann, ist ein Virus schuld daran, dass es der Welt jetzt wieder besser geht. Ich wollte heute Morgen nur mal laufen gehen und hab ne Feuer Salamander gesehen und fragte mich dann, oder liegt es nicht daran, dass ich Zeit hab, mich mal umzusehen. Ich habe das Gefühl, dass ich die Gegend hier erhol' Ich schau hinauf zum Himmel, ein unfassbar schönes Rot und all die wilden Blumen hab ich als Kind gesehen. Wir nehmen wieder wahr, ich glaub, das geht sehr vielen so. Gefühle und Momente verloren immer irgendwo. Ein Rotmilan in See, das gab's doch früher nicht. Gibt es Wissenschaft dazu, oder muss es Google tun, hat da jemand mal nen Rat für mich? Wer hat sich damit befasst? Erzähl, was du erfahren hast. Der Moment, der lässt mir einfach keine Ruhe. Ich wollte heute Morgen nur mal laufen gehen und hab ne Feuer Salamander gesehen und fragte mich dann, ist ein Virus schuld daran, dass es der Welt jetzt wieder besser geht. Ich wollte heute Morgen nur mal laufen gehen und hab ne Feuer Salamander gesehen und fragte mich dann, oder liegt es nicht daran, dass ich Zeit hab, mich mal umzusehen. Ich fahr' dann nach Kroatiens, schau' mir die Delfine an, schon lang nicht mehr gesehen in diesem wunderschönen Land. Was würd' ich dafür geben, dass es bleibt so wie es ist? Wir werden wieder Freiheit leben und was nehmen wir mit? Ich wollte heute Morgen nur mal laufen gehen Ich wollte heute Morgen nur mal laufen gehen und hab nen Feuer Salamander gesehen und fragte mich dann, ist ein Virus schuld daran, dass es der Welt jetzt wieder besser geht. Ich wollte heute Morgen nur mal laufen gehen und hab nen Feuer Salamander gesehen und fragte mich dann, oder liegt es nicht daran, dass ich Zeit hab, mich mal umzusehen, mich mal umzusehen. Ja, dass ich Zeit hab. Vielen Dank.